Hier in diesem Minivideo zeige ich dir ein paar Charaktereigenschaften auf die negative Polarität von Heartbeam. Wie kennst du dich? Montag ist der schlimmste Tag der Woche, wirklich. Also, wie werde ich diese ganze Woche noch schaffen? Ich meine, das ist Routine, das ist jede Woche gleich, ausstehen, frühstücken, Kinder fertig machen, in der Schule bringen, zurückkommen, arbeiten und so weiter und so weiter. Aber, mein Gott, also diese Routinen schafft mich. Ich bin fix und alle. Und ohne meinen Kaffee oder meinen Tee morgens geht gar nicht. Also, bevor ich meinen Kaffee oder meinen Tee nicht getrunken habe, ich rede mit niemandem. Lieber, ich spreche mich niemandem an. Ich bin nicht gesprächbar. Ja, ich brauche das, ich brauche diesen Schub, ja, damit ich wach werde. Ja, und diese, wie gesagt, also jeden Tag das Gleiche, dann reagiere ich wie ein Roboter. Und wenn jemand von draußen kommt und mir irgendwas vorschlägt oder eine Idee gibt, oh, das macht mir so eine Freude. Ich denke, oh mein Gott, das ist was Neues. Ja, ich bin vorher auf Flamme dabei, ja. Das bin ich. Und, ihr kennt es nicht wieder?